Ich gucke gerade mit meinen Jungs zurück in die Zukunft zum ersten Mal und haben sie gerade gefragt, ob sie was Süßes haben. Dürfen ich zeige euch mal, was was Süßes ist bei uns. Denn ihr dürft jetzt nicht denken, dass die irgendwie Schokolade oder Gummibärchen haben wollen, denn nee. Was Süßes ist sowas hier bei uns. Ich weiß nicht, ob der Große mit dem zufrieden ist, denn das sind Sweet Paprika und der mag, glaube ich, eigentlich lieber die ganz scharfen. Aber was Süßes heißt bei uns halt definitiv immer Chips. Keine Ahnung, das ist schon seit Jahren so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Auf jeden Fall kriegt da jetzt hier jeder eine kleine Schüssel und dann können wir den Film auch ganz entspannt weiter genießen. Und die lachen sich auch die ganze Zeit kaputt. Ich habe gesagt, zurück in die Zukunft, das ist cool, lass uns das mal gucken. Nicht immer so Disney-Filme. Und mal gucken, vielleicht finde ich ja in unserem Vorraumraum für den Papa auch noch was. Also ich persönlich, ich mag ja gar keine Pringles. Ich kaufe die nur für die. Aber solange die glücklich sind, bin ich auch glücklich. Und da ich sie echt vermisst habe und die jetzt endlich wieder da sind, dürfen sie auch mal länger wach bleiben. So, wie ich es gesagt habe, die haben mich jetzt riesig gefreut, dass ich das gebracht habe. Und ich glaube, für mich gibt es auch noch was. Ich habe gerade was gesehen. Guck mal hier. Tyrus, Sea Salt und Vinegar. Da merkt man, dass ich eintritt, wenn ich sowas esse, oder? Aber das ist geil.